Ganz Kassel heißt die AfD, ganz Kassel heißt die AfD, AfD, auf der Demo heute gegen den Einzug der AfD in den Bundestag waren total viele Menschen, wir waren ungefähr 300 ältere, jüngere Menschen, Familien mit Kindern, Frauen, Kurdinnen und Kurden und uns allen ist bewusst, dass eben die regierenden Parteien in den letzten Jahren es nicht schaffen konnten, soziale Gerechtigkeit zu schaffen und dass die AfD deswegen erstarken konnte. Wir fordern eine klare linke, demokratisch-sozialistische Alternative, wir fordern eine Gesellschaft, der Rassismus den Boden entzieht und sind deswegen heute hier gewesen und haben das kämpferisch deutlich gemacht. A-A-T-A-T-Kapitalista! A-A-T-A-T-A-T-Kapitalista! No Pornos, no Nation! Stop Deportation! No Pornos, no Nation! Stop Deportation! No Pornos, no Nation! Stop Deportation! 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 Stop Deport soziale Ängste damit geführt haben und damit den Nährboden bereitet haben für Gruppen wie die AfD, die die Ängste der Menschen aufgegriffen haben. Und dass es deshalb wichtig ist, diese neoliberale Politik zu bekämpfen und auch wichtig ist, eine Alternative anzubieten, die über den Kapitalismus hinausgeht, eine sozialistische Alternative. Und deswegen ist es total super, dass mit genau diesem Inhalt heute hier 300 Menschen auf die Straße gegangen sind. Bis zum nächsten Mal.